Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab Lass mich mal an, geh mal lieber arbeiten, was hast du erreicht in deinem Leben, was hast du erreicht in deinem Leben, lass mich ausreden, du Wichser, alleine, du hast in deinem Leben, hast du nichts Sinnvolles erreicht, nichts Sinnvolles Du bist ein wunderwärtiger Altenpfleger oder so, du bist ein wunderwärtiger Altenpfleger, oder? Uh, und jetzt? Wir machen wenigstens eine Arbeit für deine Mutter, für deine hässliche Drecksmutter machen wir die Arbeit, ja? Deine Mutter ist ausgewandert und lässt sich schön die Sonne auf dem Felz scheinen Uh, und weiter? Wie? Alter, deine Eltern, deine, ganz ehrlich, ganz ehrlich, deine Eltern, die sind, deine Eltern, die sind doch 100, deine Eltern, die sind doch 100 pro Geschwister Ich komm nicht aus dem Osten, weil sie ist dann statistisch, die sind doch 100, deine Eltern, die sind doch 100 pro Geschwister Okay, okay, gut, und jetzt? Aber trotzdem bist du ein Altenpfleger, der nur 1.600 verdient Ja, ja, 2.500 netto Wow, 2.500 netto Was machst du, was machst du für eine sinnvolle Arbeit? Ich krieg vom Staat Geld geschenkt und nebenbei, geh mal schwarz arbeiten, wie ein Mann, und nicht so ein Penner wie du Altenpfleger Okay, und das, und das nennst du Stint voller Arbeit? Hut ab, da hast du, da hast du echt nichts gelernt Also deine, deine Kinder, deine Kinder sollten mir echt mal leid tun Ja, kriegst mal meine Frau und meine Kinder von mir Ja, mach ich Im Osten war Bildung auch Licht Ja, Mensch, was ist bei dem Ronny da oben, bei dem Klatschen? Ganz ehrlich, du bist einfach nur ein hässlicher Wichser Du hast in deinem Leben, hast du nichts erreicht bis jetzt, noch nicht mal das Sinnvolle Warte mal, wer ist Mine92106? Ist das deine Frau? Nee Oh doch, TikTok-Frau Mine92106 Ich liebe dich, dir werde ich gleich schreiben, warte Ah, mach das mal den Lüchse, Alter Ich liebe diesen Content, ey, das ist der Leute, folgt alle diesem Kanal, Alter Was geht heute ab? Heute durchgehend 500 Zuschauer, Kani, Lars Ganz ehrlich, du bist einfach nur ein hässlicher Vogel Ist kein Problem Ja, guckt euch den mal an Der sieht aus wie Dings, wie Andy Ritter Ja, und wie schaust du aus? Wie schaust du aus? Wie schaust denn du aus? Ganz ehrlich, du kannst nur auf andere Leute drauf gehen Aber in dein eigenes Spiegelbild kannst du noch nicht mehr schauen Weil du dafür einfach nur zu feige bist Wie bist du feige? Ja, natürlich Du bist feige Du kannst nur auf andere Leute drauf gehen Du kannst nur auf andere Leute drauf gehen Aber auf dich selber schaust du nicht Ganz ehrlich, jetzt sind wir ganz ehrlich Ja, halt deinen Maul, du Wichser, Alter Deine Mutter will nicht mal Deine Mutter will nicht mal sehen Wenn deine Mutter mal im Pflegeheim landen würde Ich würde da die Scheiße in den Mund schieben Ja, 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 ja Küsst meine Hand Du und dein Dad küsst meine Hand Geht schuppen, hat dir Du kannst meine Eier lecken Der Vater hat mich von Kassel, Aldi Für zwölf Euro Halt mal deine Fresse Halt mal deine Fresse Halt mal deine Fresse Halt mal deine Fresse Du Glatzkopf Du Glatzkopf Du Glatzkopf Hush, hush, hatte geschoppt Du Glatzkopf Hush, hush, geschoppt, Junge Halt mal deine Fresse Guck dich mal an Guck dich mal an Guck dich mal an Ja, die sind alle wie du in den Kommentaren Ich hör dich nicht, was? Was, was, was? Was hast du gesagt? Ich hör dich nicht, was? Du sollst deine Fresse Hatt jetzt, komm Mach die Flucht Hatt jetzt, hatte Ja, Jallah Komm, hatte Geschoppt Hatt Ja, Bruder Ja, Bruder Sorry, ich musste wieder meine Ekelhafte Aber was soll ich machen?